Ich würde mit dem Accelerando hier früher beginnen. Dieses Werk zu spielen, bedeutet für mich den Luxus, die Musik zum Leben zu erwecken. Ich weiß nicht, ob Rachmaninoff es sich genauso vorgestellt hat. Oder ob das Stück so klingen sollte. Aber ich spiele es so, wie ich in diesem Moment empfinde, dass es klingen soll und wie ich es ausdrücken will. Das Stück ist sehr kraftvoll. Es befördert einen in eine andere Sphäre des Seins. Wenn ich das hier jetzt trage, dann habe ich gleich viel bessere Laune. Ich bin ein Passwort. Ich bin ein Passwort. Ich bin ein Passwort. Wahrscheinlich werde ich das hier tragen. Das rote Kleid zusammen mit den schwarzen Schuhen. Rot und schwarz, das ist sehr dunkel und kontrastreich, so wie das Stück von Rachmaninoff. Ich denke, das ist genau das Richtige für ein Open-Air-Event. Ich trage meistens kräftige Farben, damit mich die Leute auch sehen können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020